Servus und hallo, hier ist eure Anja von die Frau am Grill und heute gibt es was Leckeres für die kalte Jahreszeit und zwar Ochsenbacken mit feinem Sößchen. Viel Spaß bei diesem Video. Als erstes müsst ihr das Fleisch im neutralen Speiseöl scharf anbraten und würzen. Dann nehmt ihr die Backen aus dem Dutch Ofen und bratet darin das Gemüse Zwiebeln und Knoblauch an. Jetzt gebt ihr das Tomatenmark hinzu und röstet es ebenfalls kurz an. Das Ganze wird dann mit dem Rotwein abgelöscht. Das genaue Rezept findet ihr übrigens auf meiner Webseite diefrauamgrill.de. Danach wird das Fleisch zurückgegeben und der Fond sowie Lorbeerblätter und Piment in den Dutch Ofen gegeben. Schließt den Deckel und regelt den Grill auf rund 160 bis 170 Grad ein. Das Ganze muss jetzt für mindestens 3 Stunden schmoren. Zum Schluss könnt ihr die Soße nach euren Vorstellungen mit etwas Speisestärke oder Soßenbinder bis zur gewünschten Konsistenz andecken. Lasst euch zum Beispiel Schupfnudeln, Nudeln oder Reis dazu schmecken. Ich wünsche euch guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Eure Anja. Macht's gut.